Also das Bild im New England Journal ist dieses und unklare Genitalien bei einem Kleinkind. Und im Angebot ist das kongenitales Syndrom, Hyphospatien mit Kryptorkedism, Ovarial-Hyperstimulationssyndrom, Churnal-Syndrom und gemischte gonadale Dysgenese. Das ist Donnerwetter. Die richtige Antwort ist kongenitales, genitales Syndrom. Und können wir mal ganz kurz mal gucken, was das ist. Diese Kinder, das wird in der Kindheit diagnostiziert, haben einen Mangel an der 21-Hydroxylase. Und da muss man immer, muss ich auch machen, nachgucken, na was ist das und wie funktioniert das. Und das hat zu tun mit der Synthese von Allosteron und Cortisol. Und was wir hier sehen, ist der Progesteron wird normalerweise, oder 17-Hydroxyl-Alpha-Hydroxyl-Progesteron, wird weiterverarbeitet durch die 21-Hydroxylase, um der Sorg-Cortison zu produzieren, oder 11-Hydroxyl-Cortisol. Und diese beiden Bestandteile werden dann durch die 11-Hydroxylase oder durch die Allosteron-Synthese weiterverarbeitet zu Allosteron oder Cortisol. Dieses komplizierte Molekül hier, jedes Kohlenatom hat eine Nummer und die 21 ist hier oben. Und es geht um Hydroxylierung von dieser 21-Hydroxyl-Stelle, sodass diese Verbindung zustande kommt. Sodass das Allosteron und Cortisol richtig synthetisiert werden kann. Und wenn die 21-Hydroxylase nicht richtig funktioniert, dann kann man weder das noch das produzieren. Und diese Leute haben dann im Prinzip Morbus Addison. Was wir anstattdessen machen, ist dieses 17-Hydroxyl-Progesteron wird weiterverarbeitet zu Testosteron-ähnlichen Substanzen. Die sind hier gezeigt. Und wenn das Kleinkind weiblich ist, dann führt es dazu, dass mit dieser Klitterungsvergrößerung sieht man hier. Und wenn das Kind männlich ist, dann werden die männlichen Geschlechtsorgane zu schnell entwickelt. Und Verhaarung findet auch statt. Und das merkt man dann, das sieht so aus, als würde die Pubertät vor früh anfangen. Aber natürlich hat das nicht mit Spermienbildung zu tun. Und das Problem mit dieser ganzen Geschichte ist der Mangel an Allosteron und Cortisol. Was zu einem Morbus Addison-ähnlichen Syndrom führt. Und da muss man halt Cortisol und Allosteron ersetzen. Das würde dann die ACTH herabsetzen, sodass dieser Ablauf dann nicht in der gleichen Geschwindigkeit läuft. Und dass diese Virilisierung dann nicht weiter stattfindet. Kryptorchismus und Hypospadien kommen auch relativ häufig vor bei Neugeborenen. Also wir können sich angucken, wie das aussieht und wie diese Sachen zustande kommen. Es sieht morphologisch anders aus als das Adrenokongenital-Syndrom. Hier ist ein Beispiel von Estradiol-produzierenden Ovarial-Zysten, die auch früher in der Entwicklung stattfinden können. Und das ist im Prinzip eine Ultraschalldiagnose, aber hat natürlich nichts mit Virilisierung zu tun. Das Turner-Syndrom ist eine chromosomale Veränderung, wo die Kinder eigentlich phänotypisch Mädchen oder Frauen sind. Aber die haben nur ein X-Chromosom anstatt zwei. Die haben dann einen Charyotyp, der ist X0 anstatt XX. Und sie haben unterschiedliche klinische Phänotypen. Die menschruieren natürlich nicht. Und die Ovarien sind fehlgebildet, existieren nur als Windegewebsstreifen, produzieren natürlich infertile. Das sind unterschiedliche kardiale Defekte, auftreten von Diabetes, Schilddrüsenproblemen. Und diese bemerkenswerten Haltveränderungen sind diagnostisch. Und man muss auch darauf aufmerksam sein, dass Aortenismosgenosen wie kuspidale Aortenklappen und Ähnliches hier stattfinden kann. Die gemischte gonadale Dyskinese hat auch unterschiedliche Ursachen. Und hier sind diverse Phänotypen sind hier gezeigt. Und wenn Sie damit zu tun haben, dann können Sie darüber dann auch selber nachlesen. Das erste Paper, was wir diskutieren werden, ist diese Woche im New England Journal erschienen. Wir haben kurz schon mal darüber geredet. Das hat damit zu tun, wie man Patienten auf Intensivstationen mit akutem respiratorischen Versagen oder Insuffizienz am besten behandeln sollte. Man würde natürlich gerne vermeiden, dass die intubiert und mechanisch beatmet werden müssen. Und was heutzutage gemacht wird, ist, Sie kriegen meistens eine nichtinvasive Beatmung mit CPAP oder Sie kriegen Zusatzsauerstoff, bis die nichtinvasive Behandlung notwendig ist oder letztendlich, bis Intubationen und mechanische Beatmungen notwendig sind. Und hier ist eine andere Therapie vorgeschlagen, Hochflussluft supplementiert mit Sauerstoff, FeO2 wird gestellt nach Bedarf und diese Luft wird befeuchtet und erhitzt und wird in einem hohen Fluss durch nasale Sonnen hier zugeführt unter einem gewissen Druck, sodass eigentlich eine gewisse Menge an Piep vorhanden ist, sodass die Alveolen offen bleiben. Das ist eigentlich der Gedanke. Und hier sind 313 Patienten mit respiratorischen Versagen. Sie hatten ein Verhältnis zwischen FeO2 und FeO2 von 300 mm Hg. Das war ja dieses Einschlusskriterium und der primäre Endpunkt war Intubation nach 18 Tagen, ob die Leute intubiert werden mussten und mechanisch beatmet werden mussten. Dann sekundäre Endergebnisse waren Gesamtmortalität und ventilatorfreie Tage nach 28 Tagen. Und was wir hier sehen können, hier ist auch angegeben, das ist dann das Verhältnis zwischen FeO2 und FeO2. Und diese Patienten waren ziemlich krank und hatten im Durchschnitt ungefähr 150 als Wert hier angegeben. Wenn wir einen normalen FeO2 von 100 haben und eine FeO2 von 20, dann haben wir ein Verhältnis von 500. Und diese Leute haben ein Verhältnis von 150 im Durchschnitt, also die sind schon ziemlich krank und brauchen natürlich zusätzlichen Sauerstoff. Und FeO2 ist hier auch angegeben, also die kriegen 60% FeO2 anstatt 20,9%, wie es bei atmosphärischer Luft der Fall ist. Durchschnittsalter ist 60 und unterschiedliche Skalen, was Schwergradigkeit ihrer Intensivkrankheit sind hier gegeben. Und die sind dann randomisiert worden zu diesen drei Behandlungsbereiten. Und was wir hier sehen, hier ist die Hochflusstherapie. Und hier ist einfach die Standardsauerstoffkontrollgruppe oder P-PAP, nicht invasive Beatmung. Und was wir hier sehen, ist die Hochfluss-Sauerstofftherapie sieht besser aus. Das ist hier statistisch nicht signifikant. Aber wenn die Patienten unterteilt werden zu denjenigen, die mindestens ein Verhältnis zwischen FeO2 und FeO2 von weniger als 200 hatten, was die meisten Patienten in dieser Studie letztendlich hatten, dann sehen wir hier einen signifikanten Unterschied. Dass diese Leute, die so behandelt worden sind mit dieser Hochfluss-Sauerstofftherapie, weniger intubiert werden mussten und mechanisch beatmet werden mussten als diese beiden anderen Gruppen. Und dieser Zustand traf zu bei ungefähr acht Tagen auf ITS. Und was wir hier sehen, auch hier in der nächsten Abbildung, ist das Gesamtüberleben bei dieser Hochflussgruppe. Und das war statistisch signifikant, war besser als P-PAP-Beatmung oder wie Standard-Beatmung. Also dies müsste man sich echt angucken. Es sieht so aus, als wäre dies ein vorteilhaften Weg, um Patienten mit respiratorischer Infizienz zu behandeln. Hier wurde auch eine Redaktion darüber geschrieben. Und nochmal, hier sieht dies so aus, dies sind diese Nasensonden. Und man kriegt hier 30 Liter pro Minute befeuchtigte und erwärmte Luft hier reingepustet. Und das scheint den Patienten zu helfen, obwohl diese Therapie nicht angewendet wird bei Patienten, die Hyparpapie haben. Das waren Ausschlusskriterien, aber dies sollte man sich genauer angucken. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher für 2009 und gucken uns diese Studie an. Die Kurskontrolle und vaskuläre Komplikationen bei amerikanischen Sateranen mit Typ 2 Diabetes. Und die meisten von Ihnen werden sich nicht an diese Studie erinnern, aber es ist eigentlich ziemlich eindrucksvoll. Hier sind 900 Leute in beiden Gruppen randomisiert worden zu einer intensiven Blutzucker senkenden HW1C-sengenden Behandlung oder übliche Behandlung, was in Amerika ziemlich läppig ist, muss man schon sagen. Für diese Leute hatte ich hier ein HW1C von 8 und diese Leute hier wurden gezielt behandelt auf ein HW1C von 7. Und dies sind die Einflusskriterien und was Sie vielleicht merken sollten, ist, Gelasterin-Werte sind hoch, HDL-Werte sind niedrig bei diesen Patienten. Die haben ja letztendlich Typ 2 Diabetes und Body Mass Index war über 30, was man vielleicht in den USA auch erwarten würde. So, dass deren Körpergewicht, hier ausgedrückt als amerikanische Pfund, die waren alle schwerer als 200 Pfund, das heißt ein ganzes Stück über 100 Kilo pro Patient haben die gewogen. Dann musste ich zurück in die Literatur gehen, um herauszustellen, was die in Wirklichkeit mit diesem Patienten gemacht haben. Und wenn sie dick waren, was beinahe allen der Fall war, haben sie Metformin gekriegt. Das wurde dann hochgestuft auf 1000 Milligramm pro Tag. Und sie haben Rosiglitation gekriegt, was mittlerweile vom Markt gezogen worden ist. Und sie kriegten mehr Insulin gespritzt. Und wenn das nicht gereicht hat, dann haben sie 1000 Milligramm Metformin zweimal am Tag gekriegt. Es gibt noch mehr Rosiglitation und manche haben auch Akabose gekriegt, wenn das geholfen hat. Und dann zusätzlich, manche andere haben auch ein 12-H-Stoff-Präparat bekommen. Für die wenigen, die schlank waren, die haben dann weniger Metformin gekriegt oder mal keinen Metformin im Vergleich zu den Dicken. Also so wurden die behandelt damals. Und wenn wir uns die Studie von damals angucken, viel wurde eigentlich erreicht. Die intensive Gruppe hatte tatsächlich ein HWR1C so um die 7. In den letzten 6 Monaten fiel das ein bisschen auseinander. Die sind ein bisschen runter. Und die Standardtherapiegruppe hatte ein HWR1C von 8. Nichtsdestotrotz hat das auch das primäre Endergebnis, was ein Sammelsorium war von kardiovaskulären Ereignissen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Einweisungen für akutes Koronarsyndrom etc. war absolut kein Unterschied vorhanden. Und Tod durch kardiovaskuläre Ursachen oder Gesamttod war auch nicht unterschiedlich. So diese grundsätzliche Studie in 2009 war komplett negativ. Jetzt geht es mit dem gleichen Theater weiter. Jetzt mittlerweile sind wieder 7 Jahre verstrichen. Und man hat diese Patienten dann nochmal angeguckt, um zu sehen, ob vielleicht ein langfristiger Effekt da sein würde, obwohl ein relativ kurzfristiger Effekt nicht zu erkennen war. Und jetzt sind sie alle in den gleichen Job geschnitten und kriegen die übliche amerikanische Veteran-Diabetes-2-Behandlung. Und was wir hier sehen, ist, hier gehen diese Gabeln wieder zusammen. Hier ist die Standardtherapie-Gruppe und hier ist die Intensivgruppe. Und nach sieben Jahren haben sie dann diesen Bericht geschrieben, wenn wir 2009 gesehen haben, und dann kommen die HWAC-Werte bei diesen beiden Gruppen wieder zusammen. Das heißt, sie werden wieder gleich schlecht und liegen so um die Nacht. Und was wir sehen, ist, uns wird erzählt, dass das primäre Endergebnis, das heißt Auftreten von Herzinfarkt, Schlaganfall, akutes Corona-Syndrom, Sammelsorium, das soll jetzt auf einmal unterschiedlich sein. Obwohl Tod durch kardiovaskuläre Ursachen oder Tod von irgendeiner Ursache war nicht signifikant unterschiedlich. Und wie kann man sich sowas erklären? Und eine Antwort dazu habe ich auch nicht. Aber hier sind die signifikanten Ergebnisse, aber sie sind bescheiden. Sie sind so bescheiden, dass, glaube ich, klinisch kann man keine Schlussfolgerungen davon ziehen. Blutdruckkontrolle sollte wichtiger sein. Und das ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Tabelle vorhanden. Ich wüsste nicht, dass da Unterschiede waren in Blutdruckkontrolle in diesen beiden Gruppen. In der ersten Studie war das sicherlich nicht der Fall. Das ist hier jetzt nicht eingegeben, aber ich glaube, Blutdruckbehandlungen waren beiden Gruppen ähnlich. Dann hier ist ein Patient aus dem New England Journal, hat ein dickes Ohr. Und aus was auch immer Grund, der hat Kutane Lichmaniasis und soll eigentlich das in Amerika irgendwo gekriegt haben. Mir ist es eigentlich nicht bekannt, dass Kutane Lichmaniasis in Amerika stattfindet. Lichmania Infantum wurde hier mit Polymerase-Kettenreaktion diagnostiziert. Und der wurde dann behandelt mit irgendwas. Ich glaube, der hat Ampoterrazin D gekriegt. Kannst du jetzt nicht finden. Aber der hat Ampoterrazin D gekriegt. Ich hätte wahrscheinlich Paromalicin gegeben. Darüber haben wir auch Studien gesehen, dass bei der Kutane Lichmaniasis das Ampoterrazin Antibiotikum wirksam ist, aber auf alle Fälle dabei war geworden. Dann haben wir dieses Jahr schon letzte Woche gesprochen. Und hier war die Fragestellung im New England Journal, kommt eine Frau ins Krankenhaus, die ist 56 Jahre alt, sieht so aus, das heißt, sie sieht chronisch krank aus, ungesund. Und die ist für uns das dritte Mal innerhalb einem Jahr da mit einem Nasrungsspiegel von unter 125. Und was soll man mit der machen? Und im Angebot waren, mach weiter so und sie kriegt den Vorschlag, sie sollte weniger trinken und mehr Salz essen. Das ist auch nicht so einfach. Dann ist auch im Angebot Lithium-Tabletten mit Wasserrestriktionen und weitere Salz-Tabletten. Wir wissen aber, dass Lithium eigentlich im Prinzip herprotoxisch ist und dass über Jahre kann man erwarten, dass Nierenfunktion bei der Lithiumbehandlung weniger wird. Hier ist die Behandlung mit Orada, Urea oder Harnstoff oder eine Behandlung mit Tolvapthal. Das war ein Angebot und meine Antwort dazu wäre, weiter zu suchen nach einer Ursache, ob sie nicht irgendwelche Schmerzmittel oder Gabapentin oder irgendwas schluckt. Ich weiß nicht, warum eine 56-Jährige einen verstellten Osmostat haben sollte. Also diese Diagnose habe ich denen nicht abgekauft. Aber auf alle Fälle in dieser Woche im New England Journal ist ein Überblick, eine Übersicht über Vasoplastin-Antagonisten. Und was erst uns erzählt wird, ist die ganze Geschichte von Vasoplastin. Das ist ziemlich interessant. Das fing im 19. Jahrhundert schon an. Ende des 19. Jahrhunderts hat man gemerkt, dass Extrakte von der Anhangströse irgendwas damit zu tun einen Einfluss hatten auf Blutdruck und das auch zu einer verringerten Urinausscheidung führten. Und dann über die Jahre sind diese Sachen aufgearbeitet worden, sodass in den 70er-Jahren ist ein Radioimmun-Assay für Vasoplastin entwickelt worden und dann letztendlich hat man die Aminosäuren-Sequenz herausgefunden. Dann konnte das Gen auch kroniert werden und dann hat man die V1, die auf glatten Muskelzellen und V2-Rezeptoren, die im Sammelrohr sind, entdeckt und kroniert und das ist alles eine wunderbare Geschichte. Und heutzutage haben wir sehr effektive Antagonisten für Vasoplastin. Und der Antagonist, der in Europa vermarktet wird, heißt Zollbactan und der bindet an diesem V2-Rezeptor, der hat eine hohe Affinität für den V2-Rezeptor. Die Bindungsstelle ist ein bisschen anders als die Stelle, wo Vasoplastin selber bindet und das ist alles gut ausgearbeitet. Und was wir auch wissen, ist wie dieser ganze Ablauf funktioniert. Der V2-Rezeptor wird von Vasoplastin gesetzt, das stimuliert die Adenalatiklase, zyklisches ANT wird gebildet im Zusammenhang mit Proteinkinase A, das führt zu Phosphorylierungen von Aquaporin 2, das sind die Wasserkanäle und wenn die phosphoryliert sind, dann werden die in die Membrane eingebaut. Das würde dann bedeuten, das Wasser kann vom Sammelrohr dann rückreserviert werden, ins Interstitium und weggeschwemmt werden, sodass der Urin konzentriert wird. Das funktioniert schnell und sehr effektiv und es ist gut aufgearbeitet und mit Zollbactan bindet an den V2-Rezeptor und dann ist dieser ganze Ablauf gebrennt, Wasserkanäle werden nicht mehr durch die Proteinkinase A phosphoryliert, werden da nicht eingebaut, was passiert ist. Und dann in Amerika sind das Conibactan und Zollbactan werden vermarktet, dies gibt es auch als parenterale Präparation. Conibactan spricht auch den V1-Rezeptor an und ist weniger kollektiv für den V2-Rezeptor, denn in Europa ist nur das Zollbactan steht zur Verfügung und die werden bald durch Chip 3A4 abgebaut werden, wenn die Leute zusätzlichen Statinen kriegen, muss man darauf aufmerksam sein. Dann hat man die Klugscheißer von allen Ländern gefragt, was hier gemacht werden soll und die amerikanischen Experten und die europäischen Experten sind da unterschiedlicher Meinung. Die Gruppen sind sich einig, dass Zollbactan sollte eigentlich nicht zu Patienten wie Hypocholen sind im Rahmen von Hyponacermie gegeben werden, das wären dann Leute mit Morbus Addison und ähnliches, das wäre eine schlechte Idee und man sollte auch Zollbactan nicht verabreichen bei Patienten mit schwergradigen Symptomen, die besser mit Hypatroner Kochsalzlösung verhandelt werden sollten, aber die Amerikaner würden Zollbactan befürworten für vollvolemische Hyponacermie, das heißt FDADH, die wenig Symptome haben oder bei Patienten mit hypervolemischer Hyponacermie Herzinsuffizienz und Leber und so weiter. Bei Herzinsuffizienz würden sie es zulassen, bei Leberinsuffizienz ist das etwas problematisch, nämlich einer der Nebenwirkungen von Zollbactan eines der erhöhten Leberenzymes und die Europäer lehnen Zollbactan grundsätzlich ab und schlagen für gar nichts vor. Und in Amerika kostet eine Zollbactan-Tablette 350 Buck, in Deutschland kostet sie 80 Euro, immer noch kein Wagen und darüber geht es in dieser Übersicht. Aber wenn sie mit Hyponacermie oder Nephrologie zu tun haben, man sollte über diese Mittel Bescheid wissen, nämlich bei manchen Patienten sind sie doch ziemlich hilfreich, trotz des hohen Preises und man sollte auch irgendwas wissen über die Verordnung von Harnstoff, was nicht sehr gut schmeckt, aber ziemlich effektiv ist in der Aufhebung von Hyponacermie, wenn sie keine Ursachen finden können, obwohl ich glaube immer noch die Ursachen vorhanden ist die beste Behandlung. Dann der Fall des Journalists dieser, kommt ein 21 jähriger Mensch, der hat Mexiko besucht, der ist auch ziemlich lässig, hat schon intradionöse Heroin ausprobiert und Kokain und LSD und diese sämtlichen Sachen und kommt jetzt rein mit Schüttelfrost, Nialgien, Übelkeit und hat auch mal erbrochen, er hat auch Kopfschmerzen und er hat diesen Ausschlag hier und uns wird nur der Arm gezeigt, also ja auch ein bisschen blöd finde, aber im Bericht, man weiß nicht, was dieser Ausschlag ist, er hat zwei Katzen zu Hause, aber die Untersucher konnten mutmaßlich den Rest des Körpers untersuchen, uns ist nur dieser Arm gegeben. Es wird aber erzählt im Protokoll, dass dieser Ausschlag auch seine Handflächen und Sohlen betrifft und ich habe aus der Literatur hier ein paar Beispiele ist gezeigt von diesem Krankheitsbild, dass sonst ein Ausschlag macht, das so aussieht und hat auch ein bisschen Leberenzyme und Ähnliches und wird dann behandelt, als hätte er Rotimaten Fleckfieber, Z-Reaktionen und Doxycycline. Und dann kommen lauter Laborwerte zurück und lange Geschichte, kurzer Sinn, wieder ein Fall von Masern und nicht Fleckfieber. Und in diesem Übersicht wird auch erzählt, diese Koflexflecken kann man bei 80% der Leute erwarten. Wenn man jetzt Erwachsene hat, die nicht geimpft sind gegen Masern sollte man verimpfen. Der Impfstoff hat ein attenuiertes, aber lebendiges Virus, ist aber sehr erfolgreich, sehr wirksam und man muss dann die nicht geimpften Patienten zweimal mit diesem Impfstoff impfen. Man sollte über Masern eine gewisse Ahnung haben. Dann in New York Journalism eine Serie von Sachen, die auf uns zukommen und es wird schneller rollen als wir denken und das hat mit Gentesting zu tun und dies ist wirklich erschreckend. Hier wird ein Szenario gegeben, so eine Geschichte von einem junger Mensch tot aufgefunden auf dem Sportplatz, wird eine Sektion gemacht und der sieht so aus, als er hypertrofe Kardiomyopathie und bei über die Hälfte der Patienten mit hypertrophen oder Kardiomyopathien sind diese unterschiedlichen Mutationen im Sarko mehr Proteine vorhanden und der Erbgang von dieser Geschichte ist überwiegend autosomal dominant, obwohl die Penetrant unterschiedlich ist und es wird irgendeine Variante gefunden und ja oder nein und was hat die Variante zu tun und dann hat man seine Familienmitglieder nochmal überprüft und dann muss man eine Entscheidung treffen, anscheinend hat er nicht mal einer dieser üblichen Mutationen nämlich die sollte man alle aufarbeiten was sollte man mit so einem Patienten machen und sollte ein Weg kriegen ja oder nein und das ist alles ziemlich kompliziert also es geht gar um also mittlerweile sind über 5000 Varianten in der Literatur und bei 80% hat man eigentlich keine Ahnung was diese Varianten wirklich bedeuten ob sie Krankheit bedeuten oder ähnlich und das ist hier angegeben und dann umso mehr diese Varianten untersucht sind umso weniger verschwinden die Zweifel und dann verschwindet das Blaue und dann weiß man genau was die Varianten in Wirklichkeit bedeuten und es gibt jetzt zwei Websites kann man hier anklicken bei NIH um Patienten Kliniker Labor Forscher auf diese Varianten zu konzentrieren es geht im Prinzip so wie Twitter für genetische Varianten um durch soziale Netzwerke um dieses Wissen zu verteilen und dann sind unterschiedliche Ziele die die Gruppen Leute die diese Gruppen diese Websites betreiben was mich ein bisschen gestört hat das führt natürlich zu einer enormen Vergrößerung von genetischen Tests wo wir nicht wissen was sie bedeuten aber Thomas Winker Humangenetiker am MPI hat mir erzählt es geht auch in Deutschland los und es wird für ein genetischer Test 1000 Euro angefordert und man darf nur Genetik machen mit zertifizierten Sequencer Geräten das heißt mein guter Laborsequenzierer der mittlerweile Firmware kostet und auch ein Elektrokerosamm macht der würde nicht gültig sein den darf ich nicht abrechnen so muss ich für die Hochschulambulanz für Mike Gollasch einen neuen Sequenzierer der nicht fern ist aber der hat 185.000 Euro gekostet aber er hat dieses Prädikat Fertifikat dies ist alles zum Brechen und man fragt sich was soll das alles bedeuten dann haben wir Forscher und klinische Labore und die sind natürlich am Abrechnen am ehesten interessiert und dann haben wir Leitlinien Expertengruppe und dann auch Patientenvertreter und das soll hier alles zusammenkommen also das wird damit klüger werden und wie das dann alles ablaufen es wird bestimmt mehr Leitlinien und Experten gremien und alles mögliche weit geben um diese Sachen diese die Bedeutung von dieser Variante Patienten werden das auch verlangen kann man damit rechnen und wo das alles hinführen soll weiß ich aber das geht schon bei Brustkrebs los Sie wissen das sind nur zwei Gene die eine große Auswirkung haben auf Brustkrebs das ist BRCA1 und BRCA2 und ob man jetzt ein Variant sagt in PTEN oder RAT50 oder diese anderen Sachen ist da hingestellt dies ist nur ein Bruchteil von einer massiven Tapelle im New England Journal über diesen Kram und diese Sachen werden von Firmen angeboten Patienten verlangen das und dann fragt man sich wenn ich jetzt eine Patientin habe die HoxB13 Schnipp hat oder was diese anderen Sachen sind was hat das zu bedeuten und was sollen wir diesen Patienten dann erzählen dies ist ziemlich happig und auch hier abgebildet und ich zeige auch nur einen Bruchteil von dieser Tabelle weil es auch deutsche Vorschriften hier beinhaltet und im Prinzip offiziell sind ja nur Vorschläge für Patienten die Mutationen haben BRCA1 oder BRCA2 und was man mit diesen Patienten dann machen soll ist hier angegeben und die heute die Screening Vorschläge insgesamt und wir haben auch vor mehreren Monaten die Schweizer wissen gar nicht ob überhaupt gescreent werden sollte es ist alles ein enormer Kuddelmuddel und ich glaube es wird eine große Beunruhigung von Patienten führen und wahnsinnigen Kosten und die Gewinner werden sein oder Laborärzte die diese Geräte betreiben und dann was sagt die FDA dazu und die FDA ist ja gegründet worden vor 100 Jahren mehr als 100 Jahren sodass die Leute nicht übers Ohr gehauen werden und die sollen jetzt Entscheidungen treffen über was getestet werden soll und was die Tests zu bedeuten haben und da Präsident Obama vor kurzem einen Aufruf gemacht um die Präzisionsmedizin voranzutreiben kann man sich vorstellen was auf uns zurollt ich zeige noch mehr Beispiele davon wir denken uns jetzt zur Lampet und hier ist ein Beispiel von einer 62-jährigen Frau hat eine positive Blutkultur die kriegt 20 Gramm Anticillin am Tag was ich ein bisschen viel finde übrigens und dann hast du den Urin der sieht so aus unter dem Mikroskop die sieht eigentlich aus die Sulfat-Giathin Kristalle die wir vor 50 Jahren bei der Sulfat-Therapie gesehen haben und das sind Anticillin Kristalle und ich glaube wenn man die Dosierung auf unter 12 Gramm pro Tag beschränken würde würde man diese Kristalle dann nicht mehr sehen die erste Studie in Lasset ist die Finger Studie das fand ich ganz interessant sie wissen dass die sämtlichen Eingriffe für Demenz sind im Prinzip gescheitert kein Präparat hat bei dementen Patienten hat die irgendwie geholfen so haben die Kinder sich überlegt dass vielleicht sollten sie die Alten angehen bevor sie gemäht werden das ist so hier die Vorstellung so hat man diese armen 260 jährigen die hat man dann randomisiert entweder kriegten die einen Ratschlag wie sie sich zu verhalten hatten oder die kriegten eine ziemlich happige Intervention wo Diät Beratung und Sport und kognitives Training und die kriegten dann vaskuläres Risikomonitoring das heißt sie haben Statemik richtig ja oder nein und Angefensiv 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 Block und das haben die gekriegt und so haben wir diese Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe und hier sind die armen Leute und wie man sich vorstellen kann wenn man Eltern Menschen eine Zuwendung anbietet dann werden sie besser und das ist hier auch passiert hier der NTB die NTB ich weiß nicht ich kann nicht genau was finden wie das funktioniert aber es hat irgendwas mit wie schnell man Probleme bearbeiten kann und so Gedächtnis war das ist gerade statistisch signifikant sieht hier sehr eindrucksvoll aus aber ist es in Wirklichkeit so doll diese exekutive Funktion weiß nicht genau was das ist ich hoffe ich habe etwas davon abgekommen das ist man nicht Gedächtnis war nicht signifikant unterschiedlich und dann guckt man sich das alles an und die Forscher sind begeistert dass man bei diesen alten Menschen wenn man denen eine Zuwendung anbietet dass sie besser wird vielleicht hat es eher mit hier sind fünf eben frühere Statinstudien sind die Teilnehmer alle Genotysosie aller Gen-Test für diese Dinger hier und das sind Snips also das sind nicht Gen-Mutationen sind Polymorphismen ja aber es sind nur Einzeldreher in der DNA-Sequenz die wir sowieso jede tausend Basen parallel wo haben und genannt werden die Gene die in der Nähe sind aber das impliziert dass diese Gene vielleicht von diesen Snips beeinflusst wird aber dass es bei den wenigen Gene in Wirklichkeit untersucht wollen aber dieses sogenannte Panel hier soll ein Risikopanel sein die sind aufgetaucht in anderen sogenannten genomweiten Assoziationsstudien die sehr in der Mode zu sehen hier ist ein Knipp neben PTSK9 ist ein Adapter Protein für einen LDR Rezeptor Kern könnte schon wichtig sein und hier ist ADAM7 eine Metalloprotein Art man kann sich vorstellen dass manche dieser ABO Blutgruppen die haben sicherlich etwas mit Herz-Kreislauf-Risiko das ist die Geschichte und was wir hier sehen ist man kann hier die Patienten die an diesen Studien teilgenommen haben das klassifizieren in denjenigen die ein hohes Risiko ein intermediäres Risiko oder ein niedrigeres Risiko hatten ein Ereignis zu haben anhand dieser SNIPS die schon vorbeschrieben worden waren und das traf eigentlich für die meisten dieser Studien zu ob Primärstudien waren oder Sekundärprevention war das so und was wir hier auch sehen ist umso mehr das genetische Risiko anhand dieser SNIPS umso mehr haben die Leute von dem Statin Präparat dann auch profitiert könnte man sich irgendwie vorstellen das dazu und so denken die dass was wir machen könnten anhand dieser SNIPS Analysen ist wir könnten die Leute finden die hier auf dieser roten Laufbahn sind im Vergleich zu der grünen Laufbahn und dann die die auf der roten Laufbahn sind sollten eigentlich mehr von einer Statin Therapie profitieren als die Leute die auf einer grünen Laufbahn sind obwohl ob man dann die Leute auf der grünen Laufbahn einfach ignorieren sollte dafür haben sich auch nicht geäußert dann hier ist ein Ebola virus studiert aus China fand ich ziemlich gut das ist natürlich der Endpunkt kriegen die Leute Ebola ja oder nein das ist ein bisschen schwerer zu testen aber was man geguckt hat ist ist dieser Impfstoff sicher und führt dieser Impfstoff zu Antikörper und Täterreaktionen gegen Ebola Virus und da ist ziemlich viel Kram auf dieser Abbildung aber das war in der Tat der Fall und wir sehen hier ob die dann Interfor und Gamma ob die Leute Züten produzieren konnten ja oder nein wie die T-Cell und CD8 und CD4 und ob die Antikörper gebildet das sah alles ziemlich eindrucksvoll aus und die Nebenwirkungen waren was man erwarten würde von Spritzen von einem Adenovirusträger der diese Eiweiße von Ebola Virus in die Leute hineingeschleust hat und es sieht ganz gut aus aber man müsste dies dann überprüfen in Afrika um zu sehen ob es die Antahler an Ebola Fälle die sowieso abfallen zum weiteren Abfall bringen oder dann diese letzten Studien werde ich Ihnen kurz mal zeigen es geht um Vaparin und Edoxaban Edoxaban ist ein Faktor 10a Hämmer ähnlich wie Rivaroxaban und Apixaban und die nette Firma Fanyo möchte natürlich dass Edoxaban dann der 10a Hämmer ihrer Wahl sein würde haben Edoxaban mit Vaparin verglichen und da haben auch eine große Anzahl dieser Patienten hier genotypisiert für Veränderungen in 2C9 und in diesem Gen was die Reduktase von Vitamin K hier beeinflusst das heißt VKORP1 haben sie genotypisiert so dass sie vorhersagen konnten welche Patienten sind hochsensitiv auf Vaparin welche fallen in der Mitte und welche geben die übliche Antwort die man erwarten soll und diese Patienten Gruppen sind dann in diese unterschiedlichen Raster reingesteckt worden dies ist im Prinzip nichts Neues und was wir hier sehen können die Leute die Vaparin gekriegt haben wenn sie diese genetzten Veränderungen hatten in 2C9 und in diesem VKR dann waren sehr hochsensitiv das heißt sie haben dann weniger Vaparin gebraucht um zu ziel zu kriegen aber die Doktors mussten länger dran rumwurzeln dass sie kontrolliert werden konnten und sie hatten ein höheres Risiko als die normal Responder das ist auch hier zu sehen dass die Leute mit diesen genetischen Varianten haben mehr geblutet als die Leute die diese genetischen Varianten nicht zum gleichen Ausmaß hatten und die Leute die in Doktor waren hatten ob sie diese Varianten hatten oder nicht waren natürlich diese Geschichte erspart und was die Firma ihnen erzählen möchte ist dass die Leute die ein Risiko haben zu bluten mit Waffarin weil sie diese genetischen Veränderungen haben vielleicht lieber den CNA bekommen sollten das ist der Gag an dieser Studie und das ist das erste Argument dann geht das noch und das wird auch hier ein bisschen drüber geschrieben diese genetischen Varianten sind nicht neu und wir haben die auch hier diskutiert und das Problem mit diesen genetischen Varianten stimmt alles ist alles richtig aber ob die Ärzte wenn sie diese genetischen Varianten im Voraus wissen ist die Therapie diese anwenden dann mehr erfolgreich oder nicht und das konnte nicht bewiesen werden nämlich diese genetischen Varianten sind auch nicht so häufig und ob man flächendecken nach denen fahren sollte ist dahing gestellt aber früher oder später wird das sicherlich passieren so hat man dann auch in der zweiten Hälfte dieser Studie dann auch Baparin mit niedrig dosierten und höher dosierten Edoxabran verglichen und wie Sie hier sich vorstellen können die Spiegel von Edoxabran und die Hemmung von Faktor DNA korreliert bei beiden Dosierungen und wenn wir die Vergleiche sehen sehen wir dass das Risiko zu Bluten weniger war mit Edoxabran im Vergleich zu was mit Vaparin passiert ist das war alles statistisch signifikant was ich ein bisschen ich hatte ein bisschen Probleme hier mit der Auswertung von T-Glycoprotein 1 das ist ein Multidrug Resistance Transporter das ist ein ABC Kassetten Transporter und es war mir nicht ganz klar wie der die Aufarbeitung von Edoxabran beeinflusst nämlich Edoxabran sollte eigentlich extra cellulär zirkuliert habe ich nicht ganz verstanden aber lange Geschichte kostet Sinn der Gag an der Studie ist dass die niedrige Dosierung von Edoxabran war ähnlich gut wie Vaparin in der Vermeidung von Endpunkten Schlaganfall von Hochflimmern und die Nebenwirkungen waren weniger wenn sie die Kosten tragen möchten ist das bestimmt ein guter Deal denn das letzte Wort hier es geht um Mukor Mikrose und das ist eine Pilgerkrankung von Schimmelpilz Ritophus Nigeltans ist das Zeug das grüne Zeug was auf ihrem Boot stattfindet und kann das zur Krankheit führen und die Antwort ist ja kann man auch im Mikroskop diese wunderbaren Hüsi und Gebilde von den Pilzen sehen im Patienten sind die ein bisschen weniger ästhetisch und die Stirnhöhlen sind häufig betroffen von Mukor Mikose und da sind eine ganze Reihe von Risikofaktoren die zu Mukor Mikose führen das als Hintergrund und hier ist unser Patient ein 38 jähriger Mann irgendwo in Südostasien kommt rein und er hat Flankenschmerzen und hat auch ein abnormales Urin Sediment und man hat sich entschieden der hätte Nahrungsinfekte oder Pyrin und Frittis und hat den mit Piperacillin behandelt ist nicht besser geworden so hat man den durch ein CT geschoben und seine rechte Niere sieht so aus die es stark vergrößert und ich hätte getippt auf etwas die Santogranulomatröse Pyrin Frittis lange Geschichte kurzer Sinn dies ist dann weiter aufgearbeitet worden und man musste diese Niere entfernen und die hat tatsächlich ein Mukoapilz in sich gehabt und das sieht dann so aus obwohl es berichtet wurde dass dieser Patient kein Diabetes hatte und keine Behandlung mit Testarotamin und keine HIV Infektion hatte und das soll dann die erste Beschreibung von Mukoamikose der Niere sein in einem irgendeinen armen Menschen aus Südostasien herzlichen Dank dass Sie dies gefuldet haben und das war es für diese Woche noch Rebell mit verurs mit res R R R R R R R Vielen Dank.